Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rikki auf Reisen. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wo denn das Cliff Diving von Red Bull stattfindet, dann seht ihr das genau hinter mir. Das ist genau diese Brücke und wir sind gerade in Mostar, eine der Metropolen in Bosnien. Und wie diese Brücke dann von oben aussieht und wie weit man da runter springen kann, das schauen wir uns das gemeinsam an. Geräusche Wir sind jetzt hier auf der Brücke angekommen. Hier springen die Leute immer runter. Und wir werden jetzt gleich das Unglaubliche erleben. Es wird jetzt hier tatsächlich gleich einer runterspringen. Ich wünsche ihm toi toi toi. Und wir werden jetzt hier auf der Brücke angekommen. Und wir werden jetzt hier auf der Brücke angekommen. Und wir werden jetzt hier auf der Brücke angekommen.